Hallo zusammen, hier ist wieder heute Schala und tschüss wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar heute ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten hier aus der Garnision und zwar habe ich da mit einem Magier ein bisschen was gefarmt. Hier sind die großen Kisten mit Bergungsgut und da wollen wir jetzt insgesamt 20 Stück von öffnen. Ich hatte die letzten Male ja mit einem Priester versucht, da die letzte Hose zu kriegen, das lief eher ungünstig für mich. Und ja, jetzt machen wir ein bisschen was mit Magier, da brauche ich auch nur noch zwei Teile und zwar einmal die Handgelenke und einmal die Schuhe und ja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Schuhe hatten wir glaube ich die letzten Male beim Priester einige rausgekriegt, vielleicht läuft das ja hier auch. So, fangen wir mal an, machen wir die auf. Bis jetzt haben wir Garnisionsressourcen gekriegt, das ist jetzt eher nicht so nice. Die Kisten gibt es übrigens, falls ihr das nicht wisst, aus der Garnision, wenn ihr Missionen abschließt und dieses Wiederverwertungsgebäude gebaut habt. Und ich meine, auf zwei oder auf drei braucht man es, um halt diese großen Kisten zu kriegen. Sonst, wenn man es low hat, dann kriegt es hier nur diese kleinen Säcke und da kann halt kein T-Mog drin sein, soweit ich weiß. So, jetzt haben wir das erste T-Mog-Item gekriegt. Einen Kopf, den haben wir aber schon, leider. Schade, schade. Vielleicht gibt es ja noch was, ne? Also die Handgelenke und Schuhe wären halt gut. Sonst gibt es halt hier hauptsächlich diese Materialien aus Warlords of Draenor und was es halt auch ab und an noch gibt, sind diese Rüstungs- und Waffen-Upgrade-Token. Die kann man halt bei den Anhängern einsetzen, um die dementsprechend zu verstärken. Ob man jetzt mehr Kisten oder mehr Große kriegt, wenn man quasi stärkere Missionen spielt, wo man die Rüstung braucht, da bin ich immer noch ein bisschen überlegen, ob das so ist. Aber anscheinend ist es relativ wurscht, ne? Muss hauptsächlich die Missionen schaffen. Gut, das sah jetzt leider schlecht aus. Wir haben jetzt halt nur einen T-Mog-Teil gekriegt. Das hatte ich leider schon. Naja, schade. Aber dann gucken wir dann das nächste Mal bei den nächsten 20 Kisten und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle schon mal. Eutila, bis zum nächsten Mal. Ciao.